Hallo, wem ist das nicht schon mal passiert, wir wollen einen Kaffee kochen und die Kaffeefilter sind alle. Und die Kaffeefilter, die wir gefunden haben, sind von der alten Kaffeemaschine natürlich viel zu klein. Was machen wir da? Wir nehmen uns eine Haushaltsrolle, wir reißen ein Blatt ab, wir falten es zweimal in der Mitte, so und so, schlagen es auf und schon haben wir einen Kaffeefilter, der uns heute den Tag rettet, vielleicht morgen am Sonntag auch noch und am Montag können wir wieder neue Kaffeefilter kochen. Aber dafür reicht der Kaffeefilter alle mal aus.